Auf dem WC sitzen und Snakes spielen, das war's. Die Kinder heutzutage wissen nicht, wie wichtig das war, das Tamagotchi jeden Morgen zu füttern, mit ihm gleich zu laufen. Das war eine sehr wichtige Aufgabe. Nokia 3310 ist absolut 90er Jahre. Baby, Furby. Furby wollte einfach nicht auf ihn schreien. Ich musste ihn töten. Mein Vater hat sich gefragt, wenn ich mit zwölf Vorteil über eine Zupackerschuhe gemacht habe. Die alle jungen über Rössli und Schutte. Und ich über Zupack. Er dachte, was ist los mit meiner Tochter, was ist passiert. Es ist okay, die Heels zu Hause zu lassen. Es ist okay, ein Padfund mehr auf der Hüfte zu haben. Und ja, für mich ist es einfach wichtig, positive Musik und Messages rauszubringen. Und dass ich meine Mitmenschen motivieren kann. Ich werde meine Nägel machen lassen. Deswegen bin ich immer so. Wenn man neue Nägel hat, dann fühlt man die Nägel einfach. Okay. Tschüss zusammen. Body Positivity. Okay, ich weiß nicht, wie es ist. Body Positivity.